Markus macht man das, oder? Am Fahrer? Am Handyspieler? Klar! Was auch spielst du zum Grins eigentlich? Wollen sie ficken? Wollen sie ficken? Wollen sie ficken? Und es pisst und pisst und pisst den ganzen Tag und dann steigt jemand aus, einfach so. Ist schon bloß rot, gell? Steig ein, Mann! Sonst komm ich raus! Wollen sie ficken? Lachen nicht, habe ich dir erlaubt zu lachen, oder was? Warten wir! Wollen sie ficken? Sie auch? Ja! Ich will ficken! Wollen sie ficken? 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 He, das ist gut, Mann, He!